und ein herzliches willkommen bei der nächsten episode von erstturnier und es geht weiter mit der ausbau unserer automatisierung und so dass man das auf andere planeten gleich einführen können unsere industrie wir haben jetzt immer noch nicht informiert wie man die automation automatisch macht so ist jetzt immer noch so oder und kann man das ist kurz eine stellen tiefen und schärfen das mal raus man kann sich direkt hier umziehen eigentlich ganz cool optionen allgemein anzeige helligkeit das fenstermodus ja grafik ultra jahr ist nur audio ok wie kriege die tiefen und schärfe raus oh sonne ist weg ok ich finde es nicht aber ist jetzt auch kurz egal ziehen wir uns mal ein bisschen um gesperrt ja schön der schickt der schon cool aus die zwei auch einfach nur schwarz ich spärts ihn ne nimm mal ihn jetzt noch mal nennen wir 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 ihn jetzt noch mal yo sunny boy waben dies wird mir gefallen das schwarze sunny boy mit dem schwar潜st Spring im schwarzen Anzug Hüte, Hammerkamm Emotes, ne Okay Jo, das ist immer der Sunnyboy Der Rote Okay, ähm Wir wollten irgendwas bekohlen Wahrscheinlich hier Etwas machen Vielleicht ist hier nur eingespeichert Eisen, Kohlenstoff Argon Stahl wollte mal herstellen Okay, Eisen Haben wir Eisen hier? Aber in unserer Lieferung war Eisen Hier Mimit Okay So Gut, dann stellen wir das jetzt her Easy peasy Bin ich diesmal zu klein Ja, wir stellen gleich Neural her Wir stellen hier gleich gleich ein bisschen was her Kupfer Wer braucht schon Kupfer? Haben wir jetzt unendlich? Ah, das kann man weg dem So Gut Haben wir da ein bisschen was hergestellt? Gut Mikrowelle ist fertig So, ähm Ah ja, ich wollte ja nur Euren Bahnhof bauen Eigentlich Ah, na so ein Abernter Gummi Wolfram Wir brauchen Wolfram wieder Dafür müsste ich auf einem anderen Planeten War das auf dem Mond? Wolfram? Wo war das nur? Wie viel, äh Was kriege ich nochmal? Hydrazin? Ammonium Ah, Ammonium Das weiß ich Das haben wir hier irgendwo auch rumliegen Hier Okay, Ammonium Was fehlt noch? Ammonium Ammonium Also zwei Ammonium brauchen wir dafür Okay Okay Äh Haben wir zufällig hier noch Ein zweites Ammonium? Ja, hier Ich stelle mal ein bisschen Hydrazin nachher Gut Okay Das ist ja ein Tank schon leer, oder? Ja Fehlt einer Hier Hier So Ach ja, Forschung Wir brauchen Forschung Achso, hier wäre noch Ammonium Äh Meine Frage Kann ich den Ja Habe ich keinen Treibstoff? Achso, ja, stimmt Ich habe keinen so Energie Aber ich würde jetzt auf dem Mond Jetzt kurz fliegen Um Das eine Material Ist das auf dem Mond gewesen? So viel Das ist halt die Frage jetzt Ja, wir können ja mal Mal lugen Was so auf dem Mond ist Ich bin jetzt durch den Planeten geflogen Also ich rocke So Ach hier Nein, 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 nein Okay Okay, der kommt da jetzt gleich unten nachher Was ist das da hinten? Okay Hier 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 runter geht's Okay Dann schauen wir mal Äh Hier Hier runter geht's weiter Oh Uuiuiuiuiuiui Da geht's hier um die Kurve Hier schießt wieder irgendetwas auf mich Alter Schwede Ja, das war ja hier so Ich habe hier überall das Zeug abgebaut Ah, hier war nur Ammonium Kann man Miet nehmen? Also ne, wahrscheinlich nicht, weil wir brauchen ja Hä? Okay So, was folge ich jetzt? Hier ist gar nichts Gut, und hier? Wie ist das das, was ich jetzt brauche? Ich hoffe es Wolfram, ja Gut Wolfram Minen Gibt es den, glaube ich, auf der Erde auch? Also auf unserem Hauptplaneten Ich habe ihn irgendwie noch nie gesehen Das ist total unwichtig Das ist wichtig Und wieso habe ich Eis mitgenommen? Das ist wieder richtig dumm von mir Gut, ich bin voll Ich bin richtig voll Ich habe ganz kurz den Chat aus den Augen verloren Ja, und auf dem Mond ist sehr viel Ammonium Könnte man ja überlegen, das Effektiv abzubauen Hier in der Schiene wieder runterlegen Ups War das hier, wo ich noch einmal fast runtergeflogen bin? Mehrfach Bei einmal bin ich sogar gestorben Also meine Konstruktion hier ist Sicher Ich habe wieder das kleine Loch da auf der Seite gesehen Das ist... Ne Ne, kann ich nicht gebrauchen Einfach so irgendwo abzustürzen So, Darksholz mäßig So Gut Danke So Ball nochmal rein Gut Wieder runter Soll ich runtergehe Hä Das jetzt einfach aufgehört So Weil kein Strom ist Okay Verstehe ich Ja Ups Hier muss aufgepasst werden Ist wieder Lebensbedrohlich Nein 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 Aber die Schwerkraft ist hier jetzt auch nicht so Die Hölle auf dem Mond Also Schadet nicht Ah, hier war es nicht hier Ein Labyrinth hier Autsch Das ist krass Kann doch nicht wahr sein Dicht mir das Alles toll Gut Jetzt bauen wir hier noch ein bisschen Wolfram ab Die Tiefen und Schärfe ist irgendwie Total bescheuert Ah Ist ein Durchgang Wer hätte gedacht Das kann ich nicht abbauen Weil es in der Luft schwebt Was ist hier? Hier Oh, das reicht jetzt derweil auch. Ich muss hier ja nicht den kompletten Berg abtragen. Und hier ist ja noch irgendwo der Ball, der leuchtende. Hier haben wir ja noch. Mit Ammonium. Ja, brauche ich jetzt weniger. Das ist eine Mischmasch aus beiden. Okay. Dann haben wir das auch geschafft. Wir sind die Besten. Esprinier. Trink das beste Bier. Leute, trink ich kein Alkohol. Ist blöd. Ist einfach nur blöd. Es geht da ja nicht direkt um den Geschmack, sondern wirklich nur um den Alkohol. Und den schmeckt man nicht. So. Gut. Ja. Perfektes Gerät zum Schmelzen. Was nicht schmelzt. Ist ja toll. Gut. Greifen wir noch ein bisschen unter die Arme. Gut. Das Pflanzmester schön rein. Ja. Ja. So. Gut. Haben wir schon irgendwas? Wir haben hier nur Windenergie. Das ist auch ziemlich praktisch, ne? Knatsch, kniet. Ich muss mir unbedingt einen Stuhl kaufen. Das geht gar nicht. Also Windenergie ist hier genug. Aber kein Wind. wieder... wieder... Das könnte ich aber machen, ja? Hier, so. Hier ran. Das heißt, minimalen Batterie. Wird das schon voll, oder? Was schon... Komm, gib mir den Ziegel. Gut. Können wir das jetzt schon aufs Schiff backen? Gut. Oh, jetzt kommt Wind. geht die Energie extrem nach oben. Da gleich nachballern. Weil der fertig ist. Das hier auf dem Mond sogar Pflanzen wachsen ist sehr unwahrscheinlich. Aber... wieso nicht, wenn es hier eine Atmosphäre gibt? Okay. Und schon wieder keine energie kann ich was braucht ihr denn für einen generator kleiner kamister Okay. geht schon wir brauchen halt wolfram ist das blöde wir brauchen sehr viel wolfram so ein bisschen dancing wolfram hallo wo ist wolfram könnte man meinen wolfgang jetzt schmeißt das eis nein auch jetzt auch nicht unbedingt nämlich mit habe ich sicher noch platz dafür gut ein stück hätte ich noch platz und dann nächstes ende gelände komm schon gut es geht nach hause wir haben vorerst genug wolfram ok das ist unser zu hause gleich schön so hier kohlenstoff oh wolfram dann mal her stahl ok gummi gummi haben wir ja oder kohlenstoff ah hier ist mal ein kohlenstoff ich hasse kohlenstoff so 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 gut stellen wir es aber hier hin das pflanzen wir alles hier hin einfach so so gut hier noch kohlenstoff äh äh ich muss hier einfach den Wald abernten wäre irgendwie praktisch hm könnte ich probieren äh was bauen wir eigentlich ok wir brauchen nochmal auf jeden Fall pflanzliche Produkte hier das heißt wir fahren jetzt mal einfach hier rum hier wollte ich nicht unbedingt lang ok weil wir in der nähe unserer bahnstrecke jetzt nicht wirklich viel sachen abbauen soll hier nach was aussehen ok ok ab nach hause ab dieser abgestützte Raumschiff da ui großes Loch die Chips gehen jetzt auch langsam aus müssen wir schauen müssen wir mehr machen äh kohlenstoff ich stelle mal kurz hier her ich stelle mal kurz hier her ich stelle mal kurz hier her gut ich stelle mal kurz her ne sch sch ich stelle mal kurz her ihre guck ab hier ich hier sie Zählt das jetzt? Okay, nehmen wir das, ich glaub mir, ah, Energie, es würde mir einen kleinen Energieboost geben, wenn ich das mache, hm, wir überlegen uns, dass wir da was, jetzt laden die Batterien auf über den Tag, aber in der Nacht, wenn wir sie brauchen, seien sie meistens dann leer auch, nicht so gut, ist alles nicht so gut, gut, äh, jetzt stellen wir das schnell her, Wolfram, Wolfram, das Titan, kann man dabei weg, so, gut, haben wir das jetzt hier auch fertiggestellt, Gut, was brauchen wir noch? Ah, Gummi, Gummi braucht man, hab ich vergessen, Ah, okay, Gummi, pflanzlich und hart, ach, natürlich brauchen wir Pflanzen, So, ich hole jetzt noch pflanzliche Stoffe, Was macht das jetzt? Ach, ne, okay, Super, habe ich wieder total vergeigt, weil ich nicht da vorher drauf geschaut habe, Keramik, soll brennen, ups, hier einfach ein bisschen in den Wald hinein, und hier ein bisschen Gras mähen, sollte ja funktionieren, Gut, das haben wir geschafft, Ui, 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 hier geht's runter, ein bisschen, schmelzen wir hier ein, äh, einschmelzen, ja, gut, und Harz, wir brauchen Harz, so, 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 Harz, Okay, da drauf, jetzt proben wir auch noch rein, so, Harz, nehmach, dann haben wir hier gleich, Gummi, Komm schon Gummi, Gummi, gib Gummi, gib Gummi, und, woher wird, das kann man ihn nicht ver championen werden, ja, um, das kann man ihn nicht ver championen werden. Das ist nehm, man kann jemanden, der macht sie auch nicht ver breakdown, die sind nicht teuer, nehm, Okay. For me? das Rolfrahm Stahl auch hier noch Rolfrahm Stahl ok Exo-Chip Exo-Chip dem jetzt mal jetzt danach bald Farmen oder zammensammeln ups ins Loch ok dann wird das hier gebaut bisschen Gummi sollten wir trotzdem herstellen dass wir ein bisschen was auf Lager haben ok sobald der gebaut ist ok sorry hier oben seht ihr die nächste Folge da geht es gleich weiter und da drüben ist eine zuletzt hochgeladene Folge lasst ein Like da abonniert mich nicht die Glocke vergessen und teilt mich dafür wäre ich äußerst dankbar also wir sehen uns in der nächsten Folge von Estonia ja ja